Er hat Anhänger in Detroit, New York, Los Angeles, die umfangreiche Verhaftungen und Sympathiekundgebungen hervorrufen. Dessen bin ich mir absolut bewusst, Mr. Hoover. Ich weiß definitiv, dass er Gewalt ablehnt. Jetzt muss ich nur eines wissen. Was hat Martin Luther King als nächstes vor? Mr. President, Dr. King. Mr. President, im Süden gab es tausende rassistisch motivierter Morde. Wir brauchen Ihre Hilfe. Dr. King, diese Angelegenheit muss warten. Sie kann nicht warten. Sie haben ein Problem, ich habe 100. Auf nach Selma. Dr. King! Wir werden auf gar keinen Fall dulden, dass unruhe Stifte Aufstände in diesem Staat anzetteln. Es ist inakzeptabel, dass Sie Ihre Macht missbrauchen und dass wir ohne Stimme bleiben. Alle, die von uns gegangen sind, sagen, nie mehr! Wenn Sie glauben, dass alle Menschen gleich geschaffen sind, dann schließen Sie sich unsere Marsch gegen Ungerechtigkeit an. Diese Leute sagen, sie wollen unsere Kinder umbringen. Sie versuchen, dich einzuschüchtern. Wenn Sie mit diesen Leuten durch Alabama marschieren, ist die Jagdsaison eröffnet. Darf ich was sagen? Hier gibt es nichts zu sagen. Wir müssen marschieren! Wir müssen uns erheben! 70 Millionen Menschen sehen zu. Ich habe gehört, dass Unbeteiligte angegriffen wurden. Ich konnte nicht länger zusehen. Sieht ja wie eine Armee aus. Wir marschieren für unsere Rechte. Wir werden siegreich sein und Hand in Hand unser Ziel erreichen. Mein Auge sah die Ankunft unseres Herrn. Seine Wahrheit schreitet voran! Was passiert, wenn ein Mann aufsteht und sagt, genug ist genug? EinบAT uses Krasse demokratisch. ein Film kaufھی das Geld wirklich crédux! Untertitelung des ZDF, 2020